Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Sendaidukai und in diesem Video zeige ich dir einen Workflow, wie du die Eingabe von Midianoten noch effizienter und auch kreativer einsetzen kannst. Dabei geht es nicht nur um die Eingabe, sondern auch um das Humanizing, den Groove und den Shuffle. Wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst, motivierst du mich natürlich noch mehr solche Videos zu produzieren. Dann legen wir mal los! Bei der Eingabe von Midianoten und ganz speziell von Noten für die Percussions werden oft dieselben Noten immer und immer wieder wiederholt und auch eingegeben. Ich zeige das am Beispiel von Hi-Hats. Da geht das zwar nach einer Weile schnell von der Hand, wie zum Beispiel so. Die erste Methode ist, ein Clip erstellen, alle Noten einzeln einzeichnen. Die zweite Methode ist es, ein Clip erstellen, eine Note einzeichnen, die Region mit der Maus auswählen und dann so lange STRG D drücken, um die Region zu duplizieren, bis der komplette Clip gefüllt ist. Aber es gibt noch andere Wege, das eleganter zu erledigen. Die dritte Methode ist es, einen Clip erstellen, eine Note in der Länge des Clips einzeichnen, dabei die Maus gedrückt halten und die Note in die Länge ziehen. Hoch und runter bestimmt die Intensität der Velocity. Rechtsklick und Slice in Place auswählen, dann Beat Grid, dann den Notenwert auswählen und fertig. Eine vierte Methode ist es, einen Clip erstellen, das Grid-Raster einstellen, per Maus oder mit den Tasten Punkt, Komma oder Altpunkt bzw. Komma für weitere Unterteilung. Das Pen-Tool auf der Nummerntaste 3 auswählen, die Alt-Taste gedrückt halten und mit einem gehaltenen Mausklick die Noten von links nach rechts durchziehen. Solange die Maustaste gehalten wird, kann die Velocity geändert werden. Und fertig. Für alle vier Varianten kann die Notenlänge einheitlich verändert werden, indem entweder alle Noten mit dem Zeigertool der Maus markiert werden oder auf die Piano-Taste ganz links geklickt wird, auf der alle Noten liegen und dann die Notenlänge verändert wird. Willst du zum Beispiel nur jede zweite Sechzehntel haben, könntest du einfach eine Achtel einzeichnen und die Notenlänge zum Schluss auf einen Sechzehntel reduzieren. Eine fünfte Methode wäre es, eine Region mit dem Zeitauswählwerkzeug auszuwählen, mit STRG-J diesen Bereich zu konsolidieren, also einen Clip zu erstellen, die eine Note oder das Notenmuster in diesem Clip einzeichnen, den Clip bis zum Ende loopen und wieder STRG-J auf dem Clip, um ihn zu konsolidieren bzw. statt den Loops einen ganzen Clip zu erhalten. Mit dem Humanizing wird eigentlich immer das etwas Unperfekte beim Spiel bezeichnet und oftmals wird damit auch ein Groove verbunden, der nicht immer korrekt auf der Zählzeit beginnt. Ich zeige das am Beispiel der Velocity, da das vermutlich am häufigsten gebraucht wird. In Bitwig gibt es auch hier gleich wieder mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen. Erstens manuell, in dem die Velocity von Hand fest verändert wird. Zweitens im Inspektor, in dem das kleine Dreieck bei Velocity, das Histogramm, aufgeklappt wird und die Velocity mit den Parametern Chaos für Zufall, Scale für die Dynamik und Mean für die relative Lautstärkenveränderung bearbeitet wird. Dabei können alle Parameter auf der Basis der zuletzt eingestellten Variante immer wieder aufs Neue verwendet werden, um den richtigen Group für sich zu finden und anzupassen. Oder drittens alles dem kontinuierlichen Zufall zu überlassen und dem Inspektor beim Velocity Spread den Prozentsatz hochdrehen. Dann wird bei jedem neuen Abspielen des Clips aufs Neue per Zufall ein neuer Wert für die Velocity ermittelt. Oder viertens, wem das dann doch zu viel Zufall ist, kann für diesen Clip, dazu den Clip auswählen, eine fest definierte Menge an Zufallszahlen generieren, indem bei der Funktion Seed auf das Wort Random geklickt wird. Der Seed kann dann für weitere Clips kopiert und eingefügt werden, sodass der Velocity Groove übertragen werden kann. Das ist eine Möglichkeit, mit der Velocity Humanizing und Groove reinzubringen. Eine weitere Möglichkeit ist, alle Noten auszuwählen, dann mit einem Rechtsklick Quantize mit den drei Punkten auszuwählen. Bei mir ist das der Shortcut Alt Q und in dem Popup Fenster links einstellen, auf welche Größe quantisiert werden soll und auf der rechten oberen Seite bei Humanize eine Prozentzahl einstellen, zu wieviel Prozent die Noten nicht hundertprozentig korrekt gesetzt werden. Also zu wieviel Prozent werden die Noten ungenau gesetzt? Also um die exakte Zählzeit herum, aber eben nicht direkt drauf. Dabei ist der Bereich auf der unteren rechten Seite noch wichtig, in dem Start Amount mit 100 Prozent und End Amount mit 0 Prozent steht. Dort wird mitgegeben, wie sich das Quantisieren auf den Anfang der Note, der Start Amount, und das Ende der Note, der End Amount auswirkt. Beim Start Amount wird die Note einfach nur an die entsprechende Quantisierung Stelle geschoben. Also beginnt dann dort und beim End Amount wird die Note im Zweifelsfall einfach länger gemacht. Einfach mal selber durchprobieren. Der erste wichtige Punkt für ein unperfektes, also einem Humanized Spiel, wäre der Einsatz, also den Anfang der Note nicht immer exakt auf den Anfang zu setzen und mit dem Start Amount von 100 Prozent stellen wir genau das ein. Im selben Fenster kann mit dem Parameter Shuffle als Prozentzahl ein Groove eingestellt werden. Ein sogenannter Shuffle oder Swing Groove. Da gibt es marginale Unterschiede, die schwer zu greifen und erklären sind, aber wenn du das weißt, schreibe es doch bitte in die Kommentare. Abhängig von der Einstellung auf der linken Seite kann dann zum Beispiel ein Achtel Shuffle oder ein Sechzehntel Shuffle eingestellt werden. Mit dieser Shuffle-Funktion kannst du im Prinzip das einstellen, was du auch über das Pull-Down-Menü Play beim Unterpunkt Groove aktivieren und einstellen kannst. Mit einem großen Vorteil oder vielleicht noch Nachteil, je nachdem welcher Philosophie gefolgt werden soll, dass mit dieser Methode hier die Noten auch tatsächlich visuell verschoben werden. Ich persönlich mag es ja lieber, wenn ich das höre, was ich auch sehen kann, denn dann kann ich hier und da in jeder denkbaren Detailstufe davon abweichen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen, dem Kanal ein Abo gibst und das Video teilst. So, das war es dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.